Herzlich willkommen auf dem Innovation Forum der EPP 2019. Ich stehe hier zusammen mit Matthias Pfeiffer, Vertriebsleiter bei der SMT Maschinen und Vertriebs GmbH. Herzlich willkommen. Sie waren ja schon einige Male hier. Was erwarten Sie sich denn von dem Innovation Forum? Ja, wir erwarten uns. Wir sind das dritte Mal hier bei dem Innovationsforum und es hat sich am Markt super etabliert. Es sind sehr, sehr viele Kunden da. Für uns natürlich auch toll. Es sind viele Interessenten aus dem Markt da und wir kommen immer wieder gerne. Es hat sich einen tollen Ruf erarbeitet und die Firma SMT möchte da sehr gerne teilhaben. Welche Innovationen haben Sie denn dabei? Im Bereich, wir sind Anlagenhersteller. Wir präsentieren im Jahr 2019 unsere neue Reflooranlage mit einer komplett neuen Softwareoberfläche. Unter anderem sind wir natürlich auch mit unserer Vakuumanlage im Marktsegment und werden auch da ein Facelift dieser Anlage auf den Markt bringen und der dritte Teil wird der Teilbereich der Aushärteanlagen sein, die in verschiedenen Varianten vom Transportsystem immer wieder auf einen Kunden auch flexibel angepasst werden. Mit diesen Produkten zeigen wir den Kunden hier tolle Lösungen und versuchen uns auch in die Lagen von unseren Kunden rein zu versetzen. Das klingt sehr sinnvoll. Wo sehen Sie denn die Trends in der Elektronikfertigung? Ein guter Punkt. Also Trends sind meines Erachtens in der Weiterreichung von Daten in einer ganzen Linie zu sehen. Dann wie komplex werden Themen an vorgelagerte Prozesse gegeben, damit sich ein Ofen intelligent steuern kann. Das Ganze unter dem Thema Industrie 4.0. Das sehe ich in diesem und Anfang des nächsten Jahres als sehr, sehr wichtige Punkte. Wunderbar. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Dafür noch nicht. Bein�� Untertitelung des ZDF für funk, 2017